Ich bin der Sepp Holzer, Bergbauer da im Lungau. Wir sind da auf 1400 Meter Seehöhe, hier züchten wir Pflanzen, Seerosen und verschiedenste andere Wasserpflanzen, die es normalerweise in dieser Höhe nicht gibt, weil es eben der kälteste Ort Österreichs ist. Also da hier sieht man das perfekte System der holzerischen Permakultur, der üppige Bewuchs mit allen Mischpflanzen, dort Lupinen, Beifuß, Digitalis, die Giftpflanzen selbstverständlich, wegen der Bodengesundheit und für die Gesundheit der Tiere wichtig, dass sie sie bedienen können in der Apotheke der Natur. Da sieht man diesen Steilhang, diesen Felsen, und da ist alles voller Äpfel und Ebereschen. So, wenn die werden ja ungleich reif und dann geht der Wind und dann fallen die Äpfel runter, rollen da über den ganzen Hang runter und die Schafe warten schon oder Rinder oder Schweine, wo sie gerade in der Koppel ist, und das ist wie ein Futterautomat. Holzerische Permakultur ist eine von mir so erlernte, erfahrene, symbiotische Landbewirtschaftung, natürliche Landbewirtschaftung. Da wachsen die Rosen miteinander mit die Rhododendron und die Azaleen. Das dürfte normal überhaupt nicht sein. Eine Pflanze schützt die andere, also Symbiosen schaffen. Gemeinsam geht's besser wie einsam. Und das muss man sehen und das kann man in der Natur ja überall beobachten. Wenn man die Natur versucht zu verstehen, dann ist man von dieser Perfektion der Natur so begeistert und so überzeugt, da kann man nie auslernen. So habe ich die Symbiose der Wechselwirkung. Eine Monokultur ist ein Gegeneinander, das ist ein Kampf, weil zur gleichen Zeit alle Pflanzen die gleichen Nährstoffe brauchen und die sind in der Natur nicht vorhanden. Und dann muss ich die zuführen, dann werden sie krank, werden sie süchtig, werden sie abhängig. Dann beginnt das Spritzen und Bekämpfen, anstatt zu begreifen. Habe ich aber diese Symbiose der Wechselwirkung, dann ist das gesund, dann versorgen sie sie wechselseitig, dann habe ich viel weniger Aufwand, aber dann habe ich robuste Pflanzen. Nur der Mensch funktioniert nicht ganz perfekt, also der glaubt, er ist gescheiter und er kann was verbessern und dabei richtet er großen Schaden an. Ja, da sehen wir jetzt da hinten den Gegenhang, das ist die klassische Fichtenmonokultur, diese Förderwirtschaft, da sieht man in großem Ausmaß des Waldsterben, wo durch Schneebruch, Wind, Borkenkäferbefall der ganze Wald zusammenbricht. Aber das wird gefördert, dafür gibt es Aufforstungsprämien, Prämien für Wegbau etc. Den Hof habe ich übernommen 1962, da war ich rund 19 Jahre alt. Unser Besitz geht von 1.100 Meter bis 1.500 Meter Seehöhe. Da sind auf diese 50 Hektar 400 Meter Höhenunterschied und den ganzen Berg habe ich ja terrassiert. Und das sieht man ja auch hier, wenn man da rauf schaut, diese üppige Vegetation, diese enorme Vielfalt hier, auch von zum Teil exotischen Pflanzen, kann man ja überall sehen. Das sind jetzt Heidelbeeren, hier haben wir hunderte von Streichern bis auf die Almrauch rauf. Das ist eine Mischkultur. Hier unten ist alles voll Karotten. Da sind die Karotten, die werden bis zum Spätherbst wunderschöne Karotten. Dann ist da Salat dazwischen. Und wenn ich Ihnen da ganz alte Sorten von Salat zeige, die werden Sie kaum mehr wo finden. Das ist ein Blattsalat, ganz alte, robuste Sorten, wundervoll zum Essen. Jede Pflanze ist ein Lebewesen. Alles lebt. Es gibt nichts Totes. Nichts, gar nichts. Für mich lebt alles. Und das ist wichtig, dass man entsprechend mit seinen Lebewesen, Mitlebewesen umgeht. Und da schaut man rauf, was da Kiwi sind. Das sind die chinesischen Kiwi, die kannst du am Tag schon essen, wenn sie reif sind. Wunderbar, hocharomatisch und weit besser als die anderen. Da sehen wir jetzt Felsen. Das sind Sonnenfallen, also Kleinklimazonen. Die Steine, der Felsen, strahlt die Wärme ab. Der hat einen Kachelofeneffekt. Das ist ganz wichtig für diese besonders wärmebedürftigen Pflanzen. Und jetzt schaut euch das an, da ist alles voller Weintrauben. Und das ist halt so eine Experimentierfreude von mir, dass man versucht, auch in dieser Höhenlage bei diesen Temperaturen wärmebedürftige Pflanzen zu ziehen. Also was ich da gemacht hab, ob das die Terrassen sind, ob das die Obstbäume im Wald sind, ob das die Viehsteiche sind, die Tierhaltung im Wald, alles verboten. Ich bin der meistbestrafte Bauer von ganz Österreich. Denn die Obstbäume im Wald erfüllen den Tatbestand der Waldverwüstung, weil da so ein forstfremdes Gehölz ist. Terrassenbauern strengstens verboten sind unerlaubte Erdarbeiten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, da sind die Leute hergekommen, Rudelweißbeamte. Die haben nur Flurschein angerichtet und haben da alles zusammentrampelt und mir einen Haufen Vorschriften gemacht. Das war einfach unerträglich. Ja, der Putschlein. Was denn? Kommt's rauf da. Dass man das überhaupt durchsteht, dass man das alles durchhalten kann. Ich könnt euch da Beispiele erzählen, das zeigt euch die Haare auf, was ich da erlebt hab. Ja, das sind schwäbisch-hellische Durogschweine und Duropolia. Da haben wir Schweine mit 400 und mehr Kilo, 460 Kilo, haben wir mal angewogen. Das sind die ganz Großen. Die kann man schon zum Terrassenbauern nehmen, zum Biotop machen, die graben rein im Boden metertief, wenn man's richtig lenkt, mit Futter. Also Schweine aus der Massentierhaltung werden da völlig ungeeignet. Die kriegen einen Sonnenbrand, die sind zu dumm, dass sie einen Schatten kriegen, die legen sich wohl hin und nächsten Tag sind sie kaputt, weil sie so einen Sonnenbrand haben. Das sind Krüppel. Oh, la, la. Jo, ja. Oh, war ja frisch, hm? Ja. Wir wechseln da ständig die Koppeln. Da kommen die Schweine akkern, dann wird eingesät. Und dann nach der Schweine kommen die Rinder auf die Koppel, wenn das wieder üppig wächst. Wie viel Futter ist. Und dann als nächstes die Schafe und dann wieder die Schweine. Ich muss ja die Tiere nicht einsperren und einen Gefängniswärter spielen, dass ich die gefangenen Tiere im Stall versorgen muss. Also ich bin hier am Grammeterhof geboren und hier aufgewachsen. Das war mein Schulweg, aber natürlich nicht eine Asphaltstraße, sondern da ist ein Karrenweg gewesen. Ein ganz steiler. Das war eine gute Stunde bis in die Schule. Hinunter und nach Hause, eineinhalb bis zwei Stunden mindestens, was man gebraucht hat. Fußweg. Also meine Eltern, die Mutter hat natürlich immer, wo's nur gegangen ist, uns unterstützt und hat uns wieder ein bisschen Geld gegeben oder was halt so gegeben hat früher. Das war ja ganz minimal. Der Vater war ja strenger. Aber er hat auch wieder seine ganz guten Seiten gehabt. Nur, da hast du halt aber erst was machen, was leisten und was er angeschaffen hat. Da hat's keinen Aneunterschied gegeben, sondern du hast dich bewegen müssen. Da hast du halt arbeiten müssen. Auf dem Grammeterhof leben jetzt ich und die Gattin. Er braucht das einfach. Er muss das in die Welt rausgetragen. Ich glaub, das ist seine Aufgabe und von dem muss man einfach Verständnis haben. Der Sohn bewirtschaftet ja schon die Landwirtschaft, das ist ja schon ein Bauer. Und ich mach hauptsächlich die Vorträge und die Beratungen, vor allem im Ausland. Da, das ist da, da reinkommt. Das sind sechs bis acht Meter circa Höhenunterschied, aber auch kurze Strecken. Und dann kann man von da die Seenlandschaft nachher gestalten. Mein Vater ist ein sehr zielstrebiger, energischer, ein selbstbewusster Mensch. Und er versucht das umzusetzen, was er sich einmal in den Kopf gesetzt hat. Und lässt sich davon nicht mehr leicht wegprägen. Mein Herrgott ist überall zu finden. Ich arbeite mit ihm. Der ist in jedem Tier, in jeder Pflanze überall zu finden. Oft halt sehr verborgen im Menschen. Und da muss man daran erinnern. Kannst du das so verantworten? Hast du dabei was gedacht, wenn du das magst? Nicht? Aber man muss das sagen. Man muss das sagen, was man sich denkt. Und das wird ganz groß belohnt, muss ich sagen, von der Natur. So bekommst du die Energie, so bist du sicher. Das ist dein Auftrag, deine Aufgabe, dein Leben. Zuerst musst du zufrieden sein. Dann, wenn du zufrieden bist, kannst du deinem anderen ein Rat geben. Kannst du das weitergeben. So ist es einmal. Und da hab ich so viele Rückmeldungen, dass ich die ganze Post gar nicht mehr alles lesen kann. So viel ist das. Da könnt ihr euch eine ganze Stapel zeigen. Die ganze Welt wäre ein Paradies, wenn die Bewirtschaftung, diese symbiotische Bewirtschaftung, richtig Platz greift weltweit. Das sollte eigentlich in den Schulen und Universitäten unterrichtet werden.